So, es geht wieder los. Der Kran ist gekommen heute Morgen. Gut, so läuft Wasser. Ja, der Schnee ist wieder weg. Schon am Montagabend war er wieder verschmolzen. Und diese Woche nicht mehr, aber anfangs nächste Woche ist wieder ein wenig, kleine Mengen angesagt. Klangewichte montieren. Also, turn the winden, aber nicht die한테 die un Mari performante. rixl Augen Öffnen 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 So, jetzt stört der Kran, ein 40 Meter Kran. Glaube ich, ist es. Sollte reichen. Jawohl, tipptopp. Trotz dem schlechten Wetter sind sie in den Stellen gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute da etwas geht auf der Baustelle, aber sind wir gespannt, wie es weitergeht. So, die Figur hat die Kappe hervorgenommen. Es ist frisch, kalt und man muss ja da noch den Schweinestall fertig auswaschen. Und da hat es mir auch ein bisschen an die Finger gefroren. Und auch weil ich gerade dabei war zu waschen, habe ich da auch den Kipper. Der sieht auch wieder besser aus. Der war voll Dreck. Und ich müsste noch mehr Wintergrund hier, mehr Werkaufbereiter, das Wetter, muss alles noch gewaschen werden. Und beim schönen Wetter hatte ich anderes zu tun und es ist schon recht kalt. Aber, ja, das bringt mich ja nicht dumm. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Es ist irgendwie um 4 Uhr. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und dann ist schon bald Zeit in den Stallen. Gut, tschüss zusammen. Es ist noch ruhig auf der Baustelle, aber der Kran steht. Vielleicht geht die Woche noch waschen. Je nach Wetter wahrscheinlich. Der Bagger steht auch noch da.